Mache ich mir das nicht mehr so verrückt nach. Eisen immer wieder gerne. Kann man nie genug von haben. Was auch nur für so unnütze Schere ausgibt. Weil die Kohle hier, die nehm ich jetzt mit. Ist scheißegal. In einer dämlichen Holzschmutzhacke. Vielleicht sitze ich jetzt schon vom Bildschirm und meckere drum, dass ich halt mit dem Wegzweck hier rummache. Keine Ahnung. Immer schön auf die Anzeige und guck, wann es denn endlich kaputt ist. Zum Glück halten die Sachen nicht mehr so lange. Ah. So. Ich finde das geht extrem. Na komm runter du Erfahrungspunkt. Was ist denn da oben? Das sind nur die Steinblöcke oder? Ich wusste doch, dass da noch eine Kohle war. Ach hier. Jetzt haben wir euch abgeportet. Jetzt haben wir euch auch mit. Das geht extrem zügig. Ich wollte hier mir etwas zu nahe treten. Wie geht der? Ganz schön. Ich würde das nicht halten. Ganz schön, die Luft haben. Ehhhhhhhhhh. Jetzt sind wir damit zu schützen. Ich kann jetzt nicht erzählen hier. Bööö. Juhu. Das ging so gut. So. Das war's. Was ist dort oben? Wir sind da schon ausgelöchert. Was? Ich hab von da oben runtergefallen. Hier geht's auf jeden Fall raus. Oh. Ach, hier ist wieder unsere Treppen. Da nutzen wir die so. War's schon wieder nach? Oh. Ich schütze euch. Oh. Ist auch tief gefallen. Na ja, was ist mehr davon. Nuh-uh. Ich bin einfach. So. Grünchen. Schrei nicht so laut. Sonst werden uns die Skelette noch. So. Ja, mit den Eiern. So. 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 Ich bin schon lieben, alle dabei. So. Ich bin das nicht praktisch mit dem Berg. Aber ich habe jetzt nur so ein Riesenmeer und kein Plus in der Nähe. Wir müssen die ganze Welt hier unter Kontrolle bringen. So. Oh, what's your ass. So. Ich habe vier Knochen, die genauer Windfahrt beim Hund begegnen. Die Fehlern brauche ich eigentlich nicht. Die steige ich mit zwei Knochen, kann ich jetzt spielen. Die sind nicht schlau gebraucht. Das ist ja Eichenhäuschen. Die gibt es einmal. Naja. Ich überlege gerade, ob ich einen zweiten Opa machen sollte. Was kann ich tun? Ich glaube, ich entscheide mich dagegen. Ähm, was könnte ich in der Zeit tun, wenn das hier alles bräht? Ich habe immer noch keine Schafe gefunden. Bühne ohne Ende, aber Schafe nicht. Wie viele Bäume sind, das ist der Warte. Ich habe gleich relativ viel mit uns. Das war schon, schon viel so, ne? Das ist eigentlich genug. Äh, ich würde gerne, ich würde gerne das Abbau nicht. Ich möchte gerne das hier anbauen. Ich möchte hier keinen Schnee haben. Ciao. Ich möchte auch keine Erde haben. Ja, schon kommen, hier. Das erste erstmal so. Einen schöneren Boden bedarf es doch. Oder nicht? Bevor meine Schaufel nur den Geist aufgibt. Hallo? So, hier kommen. Gleich weitermachen. Achso. Schaufel kaputt. Stein, bitte. Danke sehr. Ach nee, komm, lass mal zum Inventar. So. Die denn da schön ist. Oder unschön ist. Das hat jetzt mal reingestellt. Jetzt kommt hier schon wieder so eine dämliche Spinne hoch. Du darfst das nicht. Platzieren muss gelernt sein. So, sieht schon etwas heimischer aus. Wie gesagt, etwas. So, ein bisschen vergrößern hier. Wie gesagt, ich finde das sollte. Mit dieser Höhe reichen. Wenn man so seinen Kopf da dran schab mit seinem Minecraft-Fingur, das mag ich auch nicht so. Ich muss das mal so. So. Hier kann man so ein Fenster reinklatschen, finde ich. Weil ich finde, dass ich den ganzen Kram hier woanders entsetzen sollte. Und dieses Gedingens-Geteil hier. Wenn ich die Tür hinmache, das überlege ich mir jetzt. Dort müssen Zombie mit Leder essen. Das habe ich jetzt einfach gemacht. Direkt hinter der Kiste. Ich hätte gerne die Tür auf der Seite hier. Deswegen. Das hier alles ist in der Tau. Ja. So. Das war jetzt clever. Das weg. Das weg. Das weg. Das weg. Ich weiß, das sieht nicht schön aus. Das sieht genauso aus wie in dem 1.3.5. Let's play. Aber das ging ja auch noch 15 Folgen lang. Und da, äh, ich finde, in der kurzen Zeit kann man noch nicht so viel machen. Ich hoffe, das hier. Ich, äh, möchte jetzt auch nicht, dass hier jetzt schon wieder so, 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 sofort hier, äh, tausend Folgen am, äh, erwartet. Ich könnte das durchziehen. Ich, äh, wenn die Videos hier auch aufrufen haben würden, könnte ich es garantiert euch jeden Tag mit 1, 2 Videos geschaffen werden. Aber mehr schaffe ich nicht. Es geht auch eher darauf hin, dass es weniger wird. Aber, wie gesagt, ist ja schon mal was. Momentan ist es ja auch nicht jeden Tag. Ich brauche wieder Fichtenholz, weil es sich ja alles anders aussieht wie der Pulschen da. Hier geht's zum Meer. Und stecken die Tür hier hinten. Und hier setze ich... ...ein Block hin und mach dann hier aus... ...keine Ahnung... ...kann ich da was treppen, so... ...die Held, die ja schon mal hier, oh Gott... ...verziehen das natürlich von außen aus... ...was ja aussieht. ...kann ich das mal nicht so genauer vorstellen muss irgendwie. Ach, das war jetzt mehr Glück. Habe ich noch irgendwie Erde oder so? Ach, das ist immer das, was man immer so genauer vorstellen muss irgendwie. Witzig mal, hier kurz was ausprobieren. Äh, Erde. Sehr gut. Oh, Mann. So ein Missgeschick von mir. Ist nicht schön. So weiter reicht's erstmal nicht und dann ist auch der Baum im Weg. Gucken wir jetzt mal Fichtenholz. Ach, es ist schon wieder so warm heute. Fichtenholz, Fichtenholz. Hier, der Baum, der bietet sich doch ideal an. So, dann begeben wir uns auch mal nach unten. Ja, das ist doch der Wahnsinn. Hier waren wir schon, glaub ich. Ja. Hier waren wir schon. Deswegen komm ich dann ungefähr dort. Ja gut, da kommen die mehr dran. So, dann heißt's hier nach vorne. So wieder. Sag mal. Was ist das denn? Schrecklich. Ähm. Wie sieht denn... Okay. Ich find das ganz praktisch, wenn das... Ach, jetzt komm ich da nicht hoch. Was ist gut nicht? Hier ist es, wie egal. Du bist das, wie alt ist. I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I. Du bist ja nicht so ganz TR 한번. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Überall zwei Auswärtige Türen aufschmeißen. Vielleicht oben aufs Fenster noch eins. Das sollte dann relativ gut zu finden sein, meiner Meinung nach. Und was ich jetzt tun werde ist, ich werde jetzt erstmal eine Aufnahmepause machen. Und hoffe ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn wir die Welt hier ein bisschen unsicher machen. Und verabschiede mich bis dahin, bedanke mich fürs Zuschauen und auf Wiederhören. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.